moin moin und hallo heute möchte ich gerne zeigen wie euer automatikgetriebe an eurem mercedes benz aktros mp5 das ist der mit ohne spiegel und zwar aus dem baujahr 2019 bedienen könnt und zwar die funktionen der automatik und des manuellen fahrprogramms das ist mit eurem automatisierten getriebe möglich und zwar das getriebesteuer linchen schaltet die gänge abhängig von eurer motordrehzahl fahrpedalstellung betätigung der dauerbremse beladungszustand eures fahrzeugs und den geländeverlauf der fahrbahn das heißt also sein zusammenspiel aus den ganzen smarten system die in eurem neuen aktros gequetscht worden sind oh yeah rechte seite multifunktionshebel es gibt diverse einstellmöglichkeiten erst mal die bedeutet drive vorwärts fahren dann haben wir die einstellung n wie neutralstellung und zwar nicht nur neutral sondern super neutral und dann gibt es natürlich noch den rückwärtsgang hier ist der rückwärtsgang wenn ihr auf drive seid dann könnt ihr jederzeit das fahrprogramm wechseln wenn ihr kurz drauf klickt das ist die oberste taste wo m und a steht dann kommt ihr nämlich in die automatik modi diverse sind zur auswahl wenn ihr aber lange diesen besagten knopf drückt dann kommt ihr in den manuellen modus das ist das manuelle fahrprogramm und dort habt ihr dann die volle kontrolle über jeden schaltvorgang den ihr wählen wollt ihr habt also kurzes klicken automatik und einzelne fahrmodi langes klicken manuell wenn ihr den schalter weg drückt dann bedeutet das manuelles zurückschalten im automatik modus und im manuellen fahrprogramm wenn ihr zu euch hin zieht dann bedeutet das manuelles hochschalten im automatischen und im manuellen fahrprogramm dann gibt es noch die möglichkeit den hebel herunter zu drücken beziehungsweise wieder hoch um eine dauerbremse einzusetzen das ist eine verschleißfreie bremse wie eine motorbremse und oder eine retarder wird dann eingesetzt man kann dort die bremswirkung des motors beim befahren von langen fahrprogramm optimal ausnutzen das heißt nach unten stufenweise die motorbremse oder die nennen wir sie jetzt dauerbremse stärker einsetzen und dadurch wird mehr verzögert aber ein verschleiß eurer bremsbacken ist dann nicht gegeben es gibt drei einstellmöglichkeiten das heißt den hebel könnt ihr in drei stellungen nach unten ziehen und dann wird euer fahrzeug verzögert um das wieder rückgängig zu machen den hebel nach oben ziehen m für manuelles schaltprogramm oder fahrprogramm dort schaltet man komplett selber im display des bordcomputers wird eine schaltempfehlung aber mit angezeigt wenn zum beispiel eine sehr anspruchsvolle situation ist dann kann man das manuelle programm oft nutzen das a steht für automatik sprich eine automatische durchschaltung der einzelnen gänge die getriebe tonne schaltet die gänge dann abhängig vom motordrehzahl fahrpedalstellung betätigung der dauerbremse beladungszustand des fahrzeugs und den geländeverlauf aber a ist dann die automatische basis für das automatische und selbständige schalten von eurem aktros selber dann gibt es noch die möglichkeit des programms power ja mann euer teil hat dann so richtig power am start das ist das leistungsorientierte dynamische fahrbetrieb im höheren drehzahl band ja baby das heißt im schaltprogramm power offroad heavy und fire sv schaltet die automatik erst bei höheren drehzahlen in den nächsten höheren gang das heißt damit kommt ihr so richtig hoch in den drehzahlen das heißt also auch ihr habt viel mehr power zur verfügung deshalb bedeutet es hier als rot power man kann auch sagen das ist der sport modus im eurem aktros wenn ihr damit unterwegs sein wollt natürlich bedeutet das auch dass ihr einen bedeutend höheren energieverbrauch in form von diesel werden haben tut also solltet ihr das vielleicht eurer spedition nicht antun und immer im power modus fahren denn das verbrät ganz viel diesel aber ihr habt die volle power eures aggregates dann zur verfügung also das hier ist der sport plus modus für euren aktros mit ohne spiegel es gibt auch dann in dieser leistungsgruppe den leistungsorientierten fahrbetrieb in leichten gelände und auf baustellen dann heißt das ding aber offroad hat aber auch ähnliche tendenzen wie der arm der power modus dann gibt es den leistungsorientierten dynamischen fahrbetrieb mit höhere drehzahl und hoher last zug gesamtmesse das bedeutet heavy modus also auch eine art des power modus und nicht zu vergessen wenn ihr einen fire truck fahrt dann ist es auch wieder der dynamische fahrbetrieb mit optimaler beschleunigung bei einsatz und alarmfahrten von feuerwehr fahrzeugen das alles ist mit dem power modus vergleichbar kann aber in eurem spezifischen fahrzeug dann auch extra ausgewählt werden wenn ihr kurz die taste für automatik oder manuelles schalten drückt könnt ihr auch in den economy modus kommen das ist der modus für den kraftstoff sparenden fahrbetrieb ich glaube das sollte eure spedition bevorzugen der gute alte economy modus damit sind die meisten leute und dafür unterwegs weil er einfach effizient ist der besagte economy modus im schaltprogramm hat folgende eigenschaften der eco roll modus ist immer eingeschaltet die einstellbare geschwindigkeit im tempomat ist auf 85 km pro stunde begrenzt denn darüber hinweg braucht ihr mehr strom nach quatsch mehr diesel und das ist ja bei fernfahrten et cetera nicht so ratsam auch für die umwelt ist das der best anzunehmende modus der economy modus es gibt noch mehr modi die kann ich euch aber jetzt an diesem fahrzeug hier nicht demonstrieren das ist zum beispiel der fleet modus f l e e t und das ist der flotten modus auch ein sehr interessanter modus denn der gute alte flotten modus ist dann dafür da dass ihr im konvoi fahrt und natürlich dort auch dann euch angepasst schön ökonomisch bewegt es gibt auch fahrzeuge mit dem economy plus da ist ein plus hinter dem economy und da ist der eco roll modus auch immer eingeschaltet die und dort geht die einstellbare geschwindigkeit im tempomat nicht über 82 km h drüber also ihr wollt ja auch noch vorankommen economy plus ist dann vielleicht zu viel des guten was wir jetzt noch vergessen haben oder noch nicht gezeigt oder auch nicht geht ist der muni kipp das ist ein modus für abfall sammelfahrzeuge aber den kann ich euch hier auch nicht zeigen das hier ist ein nicht müllfahrzeug nein so das sind also die einzelnen modi die euer automatik getriebe hier durchschalten kann ihr könnt es erreichen indem ihr lange drauf drückt um in den manuellen modus zu kommen das ist dann das m und kurzes klicken ist dann die einzelnen automatik modi die ihr dann durch das kurze tippen auf den multifunktions schalthebel ansteuern könnt zu empfehlen ist im normalen modus wenn ihr rum wenn ihr strecke macht economy und wenn es wirklich mal wenn er mal erster sein wollt an der rampe dann ist der power modus dann auszuwählen aber nicht so oft ansonsten bekommt ihr ärger mit der spedition also zusammenfassend zu sagen ist ihr habt ein automatik getriebe das d bedeutet dass ihr drive können also fahren dann habt ihr die möglichkeit automatik getriebe zu wählen dann macht er alles für euch wenn ihr meint ihr könntet es besser als der automat dann geht ihr in den manuellen modus und in manchen situationen könnt ihr auch im automatik modus jederzeit hoch und runter schalten das heißt also wir haben hier die möglichkeit wie er auch seht dass gänge übersprungen werden das heißt der automatik und auch der der lkw selber merkt dann bei den umdrehungen kann ich direkt zwei gänge hoch schalten oder auch zwei gänge runter etc also die elektronik dahinter ist schon sehr smart geworden was mir noch haben ist da die möglichkeit ja die verschiedenartigen set ups zu nehmen power economic und so weiter das heißt dort kann dann auch eine eine änderung der fahrweise des automaten bestimmt werden und was natürlich immer geht ihr habt mehrere rückwärts gänge zum beispiel zwei stück der rückwärtsgang nummer eins ist der standard rückwärtsgang der ist dann zum hohes drehmoment wenig geschwindigkeit wenn ihr in den zweiten rückwärtsgang schaltet dann bedeutet das genau das gegenteil wir haben also eine schnelle fahrt möglichkeit und dann einen niedrigeren drehmoment zur verfügung das heißt hier könnt ihr auch noch mal wählen immer im hinterkopf lassen r2 halt wenn ihr schnell rückwärts fahrt also ohne brücke etc und im tacho wird euch immer der bereich angezeigt wo jetzt zum beispiel die retarder am besten arbeiten würde in diesem fall hier wäre das ungefähr bei 20 bis 25 2500 oder 2000 umdrehungen dann funktioniert nämlich auch die motorbremse und ihr habt eine verschleißfreie verzögerung am start um das fahrzeug nach der fahrt richtig zu verstauen habt ihr auch noch eine parkbremse die könnt ihr ziehen wie ihr seht dann leuchtet das p auf im display selber das steht nicht für panik sondern für parken saugut dieses fahrzeug hat auch noch eine hold funktion das heißt wenn ihr die parkbremse löst indem ihr auf den tasten unter dem hebel drückt und den drive gang einlegt dann wird er nicht direkt los rollen sondern in die hold funktion gehen die hold funktion ist dafür da dass das fahrzeug nicht direkt weg rollt weil so ein 40 tonner doch ein bisschen schwer sein kann so das heißt also parkbremse wird gezogen leuchtet auf ergo eure parkbremse ist aktiv es wird euch überall angezeigt um das fahrzeug zu verlassen solltet ihr immer auf den neutralen gang schalten ansonsten wird euch euer aktors auch infos geben wenn wir auf drive gehen und die parkbremse wird gelöst sind wir wie ihr seht das p ist jetzt noch so ein bisschen an schimmern und wenn wir aufs display gucken links oben leider seht ihr dass ich so gut in diesem viereck steht hold h o l d bedeutet dass das ein halte funktion aktiviert ist und euer fahrzeug nicht direkt weg rollt um überhaupt die parkbremse zu lösen müsst ihr auch die bremse die fußbremse betätigen und dann könnt ihr losfahren beziehungsweise wenn ihr das fahrzeug abschalten wollt neutraler gang rein und direkt den motor aus machen der richtige streber typ da draußen kann natürlich am hebel ziehen aber es reicht bei den modernen aktros ist einfach neutraler gang motor aus parkbremse ist drin dann sage ich vielen haben fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zun zun